Yo, Leute, Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Jeremy Carlo. Ich weiß, ich war jetzt über einen Monat nicht mehr da. Dafür will ich euch mal wieder in ein was bringen. Zum Beispiel ein Video wieder. Bei 10 Likes mache ich und meine Schwester ein türkisches Challenge. Wir essen so türkische Sachen oder irgendwas, türkische Nüsten oder irgendetwas. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ihr wisst, bei 10 Likes, bei 10 Likes, dann kommt auf jeden Fall in diesem Video raus. Dankeschön, Leute. Bis dann. Haut rein.